Heute gibt es hier wieder ein Tutorial zu Fireworks CS5. Diesmal geht es aber weniger darum, wie man eine komplette Website oder komplexe Grafiken erstellt, sondern eher um die Grundlagen der Benutzung von Fireworks. Heute eine kleine Bedienungshilfe, ich will euch nämlich die Nutzung der intelligenten Hilfslinien in Fireworks zeigen, die beim Konstruieren und beim Layouten von Grafiken, Webseiten oder wie auch immer ganz hilfreich sein können. Wir nehmen dafür zuerst einmal hier aus dem Vektor-Bereich das Rechteck-Werkzeug. Wir können jetzt zum Beispiel hier, ihr kennt das ja, wer Fireworks schon mal ein bisschen benutzt hat, kennt sich damit ja vielleicht aus. Wir können hier einfach mal so ein paar Rechtecke aufziehen, wie in Photoshop oder auch anderen Programmen. Also jetzt nichts weiter Besonderes, nichts, das man woanders nicht schon mal gesehen hätte. Der Clou beim Konstruieren in Fireworks liegt aber vor allem in den intelligenten Hilfslinien. Wir gehen dafür einmal auf Ansicht, intelligente Hilfslinien, machen einmal intelligente Hilfslinien Anzeigen an und machen dann an intelligenten Hilfslinien Ausrichten auch an und dann zeige ich euch, was passiert. Wir malen jetzt also einfach mal hier ein Rechteck. Und ihr habt ja gerade gesehen, die anderen Rechtecke konnte ich einfach so wild in der Gegend positionieren. Das kann ich jetzt immer noch machen, aber mit der Option intelligente Hilfslinien eingeschaltet kommt jetzt ein weiterer Clou dazu. Ihr seht schon, ich klicke mit der Maus in das Bild rein und der zieht mir automatisch eine Hilfslinie auf, die sich am oberen Rand des bereits gezeichneten Rechtecks orientiert. Wenn ich zum Beispiel jetzt anfange, das Rechteck zu zeichnen, geht die Hilfslinie in der Mitte wieder auf. Das heißt, jetzt hätte ich ein Rechteck, das genauso hoch ist wie die Mitte des anderen Rechtecks oder ich ziehe weiter. Und dann haben wir hier die komplette Höhe. Wir können jetzt hier, um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, ich setze nochmal einfach wieder an. Ihr seht schon, zack, die Hilfslinie geht auf. Ich ziehe es auf, er geht bis hier hin, bis zu diesem Rechteck oder auch hier die Mitte. Oder wir ziehen es einfach mal weiter. Und wir haben auch hier einen sogenannten Magneten drin. Das heißt, ihr wörtet das jetzt beim Sehen, fällt das vielleicht nicht so auf. Mit der Maus spürt man es aber deutlich. Er zieht hier automatisch direkt zum Rand hin und verlängert das Rechteck bis zum Ende dieser beiden Kästen. Interessant ist das vor allem, wenn man zum Beispiel eine Website erstellen möchte. Wir können das jetzt einfach mal so fiktiv hier machen und gehen jetzt hier mal hin und erstellen mal erstmal einen Container in der Breite 1050 und sagen einfach mal, die soll mal 1500 lang sein. Wir geben dem auch nochmal eben eine Farbe. Das wäre jetzt unser Content-Bereich. Wir ziehen jetzt hier mal eben oben, ich mache das jetzt mal ganz einfach, wir ziehen jetzt mal eben einfach einen kleinen Button hier auf. Übrigens, das komme ich auch in einem späteren Tutorial nochmal zu. Fireworks eignet sich sehr hervorragend für das Wireframing. Das heißt also, man kann hier relativ einfach Prototypen von Webseiten erstellen und kann somit relativ wenig Aufwand seinem Kunden dann das Produkt vorstellen. Ich mache jetzt hier mal einfach vier Buttons. Zeichne jetzt hier oben noch einen weiteren Kasten ein. Die Funktion der Kästen ist jetzt erstmal unerheblich. Es geht nur darum, wie es funktionieren soll. Wir haben jetzt hier oben vier Buttons, einen weiteren Kasten. Wir wollen dazu jetzt noch einen Content-Bereich aufziehen. Machen den einfach mal bis hier unten. Und ihr seht schon, es hat sich hier oben an der Hilfslinie orientiert. Wir packen jetzt hier wieder an. Ziehen das runter und er zeigt uns direkt die Hilfslinie an. Wir bekommen einen Kasten, der genau da hineinpasst. Mehr braucht man dazu eigentlich auch gar nicht erzählen. Ich denke, es wird daraus schon klar. Ihr seht jetzt hier, wenn ich noch einen Kasten aufmache, orientiert er sich wieder hier ran. Oder hier an diesem. Ihr seht die Hilfslinie immer eingeblendet. Man kann das Ganze jetzt auch so machen. Interessant ist das, wie gesagt, vor allem, wenn man komplexe Webseiten erstellen möchte und dann nicht immer alles extra ausmessen möchte. Oder man kennt das ja von Photoshop, dass man mit dem Skalieren-Werkzeug dann hin und her fährt und guckt und macht und tut. Aber hier ist das Ganze relativ einfach. Ihr seht, auch beim Skalieren funktioniert das. Und so könnte man zum Beispiel jetzt hier einen News-Bereich machen, der sich genau auf der Breite der drei ersten Buttons orientiert und so weiter und so fort. Also ich denke, dazu braucht man nicht viel mehr erklären. Ein nettes Feature zum Thema Hilfslinien, das jetzt recht wenig mit den intelligenten Hilfslinien zu tun hat, aber trotzdem ganz interessant ist, möchte ich auch an dieser Stelle nochmal zeigen. Darum mache ich das hier nochmal auf. Hilfslinien. Wir sagen an Hilfslinien anzeigen. Also wir benutzen auch die normalen Hilfslinien von Fireworks jetzt einmal dazu. Ziehen jetzt einfach mal eine Hilfslinie auf bis zum Content-Bereich. Dann ziehen wir nochmal eine Hilfslinie auf, meinetwegen bis zum Beginn der Sidebar. Wir ziehen hier noch eine Hilfslinie auf bis zum Ende des Content-Bereichs. Jetzt machen wir nochmal eine weitere, die hier unten dann den News-Bereich begrenzt. Wie gesagt, Hilfslinien sind angezeigt. So, und der Clou bei der ganzen Sache ist, wenn ihr jetzt in das Bild reingeht mit der Maustaste und hier mit dem Auswahlwerkzeug und dann jetzt dabei die Shift-Taste drückt, seht ihr schon, wie zwischen diesen beiden Hilfslinien hier an dieser Stelle das Maß angezeigt wird. Das heißt, der Abstand zwischen dieser Hilfslinie, der linken und der rechten, beträgt genau 751 Pixel. Fahren wir mit der Maus jetzt einfach bei gedrückter Shift-Taste in einen anderen Bereich, sehen wir hier schon, der Abstand zwischen diesen beiden Hilfslinien ist 299 Pixel. Oder zum Beispiel, wenn wir hier runterklicken, dann zeigt er, wir machen das mal, ich zeige das mal etwas deutlicher, dann orientiert er sich hier jetzt wieder an der Breite. Ein bisschen schwierig manchmal die auszurichten, aber zum Beispiel, jetzt haben wir hier unten eine Breite von 299 Pixel und hier haben wir dann die Hilfslinie, die sich am unteren Ende unseres News-Bereiches befindet, bis zum oberen Rand unserer Grafik, sind dann 359 Pixel. Das heißt, man kann jetzt hier überall Hilfslinien in das Bild hineinziehen, wenn man das benötigt, und kann relativ einfach und ziemlich schnell die verschiedenen Abstände zueinander messen. Er ist auch ein weiteres Schmankel, das aber bei verschiedenen Anwendungen äußerst hilfreich sein kann. Das ist ganz interessant, deswegen habe ich das nochmal gezeigt und damit beschließe ich dieses Tutorials auch, das ist eigentlich das Wichtigste, was man zum Thema Hilfslinien und intelligente Hilfslinien sagen kann. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen von euch damit helfen und bedanke mich erstmal. Es wird in kürzerer Zeit auch weitere Tutorials geben, zum Beispiel zum Thema Wireframing oder wie gesagt zur grundlegenden Bedienung von Fireworks. Bis jetzt gibt es weitere Videos zum Thema Webseitenerstellung und so weiter. Schaut einfach in meinem Channel auf YouTube vorbei. Ich freue mich immer über Comments, ob euch das Video gefallen hat oder nicht und sage dann mal bis zum nächsten Mal. Ciao!